Der Titel des ganzen Projektes ist, ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben. Ich mache das Projekt seit 22 Jahren und das geht so, dass ich Bauern in ganz Europa Tauschgeschäfte anbiete und das Tauschgeschäft ist, dass ich in Hof für sie male, wenn sie einen Film über ihren Betrieb machen. Und du hast dich einfach selber gefilmt? Ja, genau. Ich habe fast alles alleine gemacht. Und einfach deinen Alltag gezeigt? Versucht, ja. Meinen und den meiner Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Okay. Und in welchem Zeitraum hast du dich gefilmt? Also wie lange? Ja, von Februar habe ich angefangen und jetzt bis zur Zuckerrübenernte.